ja servus und herzlich willkommen zurück zu gothic wir sind in der burg von gommes sind jetzt schatten und ja wir werden jetzt erst mal die burg blöden anleiten die rüstung geschaut aber übrigens muss man jetzt genau anschauen hier reden wir rum ja ich finde das das kann sich hängen lassen geil jetzt ist natürlich die frage man muss mal schauen was können wir stehen weil da so meine sachen das ist immer so schwierig okay schon mal blöd geht nicht wissen wir schon mal bescheid frage ist cool von dem tisch vielleicht etwas klauen ok da braucht man so einen schlüssel ok da braucht welchen schlüssel in keine richtung kann ich da was machen also ich finde das eigentlich ziemlich cool also ich bleibe jetzt vielleicht nicht alles da drauf aber vor allem diese kerzenstände glaubt die kann man sich daher verkaufen die das erste mal alles andere auswählt glück gehabt das interessiert irgendwie nicht wenn man das klaut naja gut mir soll es recht sein mir soll es recht sein wer bist denn du Bartolo Hallo Freund Heri Wer bist du? Ich bin Bartolo Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone Ich regle alles Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen Außerdem sorge ich dafür Dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen Sie sollten mir dafür dankbar sein Gomes lässt sich nicht jeden Fraß gefallen Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert Au Ok Also dann schauen wir doch mal da Mal allgemein schauen Ich halte mich da lieber raus War nicht besonders stark Hm Herzenständer Wir haben hier noch eine Kiste Rechts 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 Links 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 Rechts Links 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 Okay, Münzen weiß ich nicht. Daumenruf, aha. Der wie da, nein. Oh, ähm. Das ist aber nicht nackert, oder? Okay, das ist so ganz... Sie ist jetzt zum Glück nicht nackert, ne? Das ist die, glaube ich, die, wo mit uns ins Ding reingeschmissen worden ist. Ähm. In unser... Na, sag's mal. Ah. Ah, komm schon. Wo wir mir in die Barriere jetzt hat. Wo wir mir in die Barriere reingeschmissen worden sind. Da ist die auch mit oben gefahren. Kann schon sein. Warum schauen ihre Fierster eigentlich durch? Das ist die größere Preisfrage. Ich dachte, das wäre schon angegeklärt. Also sie badet. Und sie ist Gott sei Dank auch bedeckt. Also alles YouTube-konform. Okay, das ist... Na ja gut, also das kann schon sein. Das taugt ihr da, gell? Schaut es euch wohl, Leute. Na? Na gut. Dann scheint da wirklich das Gemach vom... ...vom Gomez. Wo ich mit dir reden? Ja. Ja. Reden. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Ich darf nicht mit dir reden. Oh Gott. Cool, da was aufmachen. Das ist die große Preisfrage. Nein, danke. Nein, danke nicht. Okay, witzig. Na gut. Gehen wir erstmal da rein. Nein, ich habe immer wieder speichern. Ich weiß nicht, wann sie irgendwann mal so auf die Schliche kommen. Das heißt, da dürft ihr nicht reinmachen. Rechts, links, links, links. Rechts, links, 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 links. Okay. Rechts, links, 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 links. Rechts. Nur links. Hier. Fünf. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mein Gott. Äh. Hau mir ab, diese Kombinationen. Mal sehen Sie, ist das die gleiche? Rechts, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Geh. Echt die gleiche gewesen. Kann das sein? Boah, ist das gleiche drin. Copy, paste. Hätten das auch noch Kisten, oder? Ja. Boah, die gleiche Kombination. Es ist auch das gleiche drin. Dreimal die gleichen Kisten eingestellt. Alles klar, Piranha Bytes. Aber hey. Ich finde es super. Weil da waren ja jetzt auch da Halsketten drin. Also da meckert ich natürlich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, ich dachte, sieben. Ach Gott. Ah, ah, Gott. Ah. Drei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah. Ah, mein Kopf raucht, Leute. Mein Kopf raucht. Oh Gott. Oh mein Gott. Die muss ich jetzt auch noch aufspüren. Okay. Bring mal hier. Bring mal hier. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Rechts, links. Ah, okay. Huh. Die sind auch noch. Links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, links, 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 rechts. Wie viel von den Dingern habe ich überhaupt noch? 21 Stück. Ist nicht mehr viel. Ist echt nicht mehr viel. Links, rechts, rechts. Ah. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Ah. Huh. Wow. Ist nicht einmal etwas Interessantes drin gewesen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Wow. Das war jetzt Glück. Alter. Was? 2, 521 Münzen. Die mögen wir doch vertietelt die Dietmeiern. Woher ich den mitnehme? Eigentlich schon. Der hätte so viele Münzen brauchen. Niemals in meinem Leben. Ich würde da nicht gleich mehr mitnehmen. Ah, da schaue ich. Easy. Nice. Warum auch immer. Kann mir jemand sagen, für was die Münzen sind? Hätten die mal für irgendwas sein sollen? Bin mir nicht sicher. Okay. Also es geht noch weiter hinauf. Puh. Ah, das ist die 500. Er hat es nicht mehr definitiv mitnehmen. Also man kann mit diesen Münzen irgendwie nichts machen. Irgendwie habe ich da mal gelesen mit... Keine Ahnung. Da hat man, glaube ich, meinen Erfolg freischalten. Genau. Irgendwie. Oh je. 1. Aha. Rechts. Okay. Rechts. Links. Okay. Rechts. Links. Links. Ah. Rechts. Links. 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 Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Okay. Links. 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 Rechts. Links. Boah. Es wird mal hier ein Matsch. 1, 2, 3. Immer abwechselnd. Warum nicht? Hä? 1, 2, 3. Immer abwechselnd. Okay. Warte, warte, warte. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Das können wir so nicht lassen, Diggi. Jetzt wollen wir die Leiter schnell hoch. Ja, jetzt habe ich schon zu viel verbraucht. Pass auf. Das war jetzt einfach Dummheit von mir. Das machen wir nochmal. Puh. Puh. Okay. Also. Speichern. Rechts. Links. Links. Rechts. 1, 2, 3. Zack, 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 zack. Jetzt hat. Geht doch. 30 Wolfsfälle. Was? 30 Fälle von einem Schattenläufer. Okay. Okay, das ist... Puh. Okay. Weiß jemand, was die Piranha bei uns mit diesem Turm gedacht hat? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Links, links. Rechts, links. Ah. Rechts, rechts. Rechts, links. Rechts, 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 links. Links, rechts, links. links rechts, rechts, rechts links, links, rechts links, rechts mein Gott okay, Schutz vor Feuer, Schutz vor Feuer Schutz vor Pfallen Traumruf, grüner Novize das ist so viel Zeit oh mein Gott das ist so viel oh Gott 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6, mein Gott ich hab jetzt glaube ich fast keine Dietriche mehr 9 9 Stück noch okay es geht noch höher raus da mal schauen ah da gibt es jetzt auch also das kann ich alles sauteuer verkaufen das ist auf jeden Fall schon mal klar okay da haben wir jetzt aber doch da haben wir noch eine Truhe jetzt glaube ich wir haben sogar zwei Truhen rechts rechts, rechts, links links rechts, rechts, links, links, links rechts, rechts, links, links, links rechts, rechts, links, links, links okay, pass auf gleich nochmal gleich nochmal laden hier rechts, rechts, links, 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 links Links, rechts, links, 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 ok. Man strengend. Links, 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 rechts, links, 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 rechts. Boah, das war ganz wahrscheinlich. 897 münzen wenn wir uns vor allem ist halt nichts wert wahrscheinlich wahrscheinlich als die piranha beizudacht ach komm da packen wir einfach mal so viel münzen weil man es kina sei eh nix wert ich nimm es trotzdem mit leid das ist so ich nimm es mit wir haben jetzt 11.566 münzen ich hoffe dass es da jetzt bei der ende ist mit truhen weil ich habe fast keine niedrige mehr ich bin am höchsten wachturm krass man sieht halt alles da hinten sieht man den turm was das wohl für ein mysteriöser turm serviert weiß keiner da hinten ist das sektenlager dann genau und das ist so von da oben haben wir gestartet wenn es euch noch erinnern kennst ja da ist auch noch mal der wald wo wir dann waren und dann ist natürlich da hinter diesem berg ist das neue lager krass ok finde ich cool leid finde ich cool aber nicht oft dass man das so sieht ja jetzt haben wir natürlich einiges was ich verkaufen kann also jetzt also wir haben jetzt auf jeden fall kein problem mehr mit erz also das ist auf jeden fall klar da müssen wir runter wir haben definitiv kein problem mehr mit erz ok das haben wir scharf gemacht da müssen wir runter und ich soll natürlich jetzt insekten lagern und daraus zu finden was sache ist ich will natürlich jetzt einfach raus hier sollte ja alles ok sein gut glaubt der trainiert leute ha scopio ja hab ich dir den ok da wohin denn mit mir den das ist gar ist kata ja hab ich dir den hat dann mal mir fällt da gerade was ein wen haben wir denn da ohne der kleine saftsack was willst du noch mehr schläge warte mal glauben wir haben da ein wörtchen miteinander zu bequatschen mein freund ich weine natürlich erstmal weil wenn ich es nicht schafft dann habe ich ein problem so bullet ich bin gekommen um dir dein großes maul zu stopfen ja komm mal her bürschchen du blöder sack gehört alles mir und dein schwert nicht mehr noch aber ist denn der ach ist denn mal so gut wie meine wie meine axt was kannst du eigentlich bullet was haben wir denn jetzt eigentlich alles oh maximale lebensenergie das wird dir noch leid tun hallo ok das erlaubt sprinten da ich bringe jetzt erstmal was kann ich jetzt mit dir quatschen schauen wir mal ein schwert verkaufen übrigens nur so zur info das wird dir noch zack wenn er gesehen wird es war sorry so hallo das war schon ein bisschen krass weil er mich an den Smart gemalt hab ihn umgebracht upsie daisy na gut der hat doch Ausrüstung sagt er skip hi habe der ich könnte ein paar sachen gebrauchen ich könnte dir ein paar sachen verkaufen das ist ziemlich cool oh ja dringend sag das nehmen wir auch mit wir haben nämlich einiges zum verkaufen das ganze ernst nehmen wir einfach mit sag jetzt einfach mal äh so schön so dann hast du ein grobes schwert aber das brauche ich alles nicht das ist alles nicht geil brauche ich auch alles nicht definitiv nicht ich habe ein besseres schwert so du kriegst jetzt von mir da eigentlich mal ein paar sachen also das bringt halt echt gar nichts das bringt null so trunenschlüssel brauche ich auch nicht mehr so du kriegst jetzt von mir Zähne du kriegst schwarzer weiser guckst du da ist ein paar Fälle ne auch noch mal Fälle oh das ist das ist aber zu viel äh ja gut ist jetzt eigentlich wurscht wie ich es mache ne ob ich da jetzt halt einfach fünf zurücknehmen oder nicht hab heute ein bisschen was das ist mir das soll mir recht sein okay geil Stone hi ja hab ich dir den du bist der Schmied richtig richtig verkaufst du Waffen und Rüstungen um die Waffen kümmert sich Skip ich verteile nur die Rüstung okay was für Rüstungen hast du denn da nur Rüstungen für Gardisten und du bist keiner also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen du Arsch ähm excuse me excuse me äh excuse me musste das jetzt sein Gefühle und so klar Zeichen weißt du gar ganz normale Unterhaltung und er so ja du verkaufst du noch einen Gardisten ne ähm du Arsch was für Rüstungen ist gettet gettet lalalalalala aber ich krieg doch bestimmt eine bessere Rüstung beim Diego Diego Roxane haben wie du hast für Gomez ei warte mal es blendet so es blendet so besser für Gomez ja viel besser ähm ja ich hätte gern 1200 Erz lächerlich schwere Schattenerrüstung Waffen 40 Geschoss 5 und Feuer 20 gib mir ja kann ich eine Rüstung haben wie du sie trägst hast du das nötige Erz in der Tasche klar mach's gut geil okay nice oh leid jetzt geht's auf jetzt geht's auf Schatten oh 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 ah was soll ich das machen schön oder richtig cool okay das Schatten das Schatten aber jetzt immer nur so viel Zeichen ne ich glaube ich werde das gar nicht mehr los naja gut wir müssen wir ja jetzt auf jeden Fall erwarten wir schon wir schlafen jetzt erstmal runden ne achso schlafen wir erstmal runden weil dann sind wir natürlich auch wieder komplett geheilt so mein Auftrag ist jetzt die große Sache der Bruderschaft äh ja muss jetzt natürlich wieder in Sekten lagern na dann lächerlich aber jetzt halten wir natürlich auch ein bisschen was aus das ist der Vorteil hi jetzt haben wir natürlich fortgeschritten Leute jetzt haben wir also das ist schon im ersten Kapitel ne also das darfst du jetzt auch nicht vergessen ähm für das erste Kapitel glaube ich bin jetzt ein bisschen zu OP aber ich werde sagen das wird sich schon noch ändern ne also die Kämpfe werden dadurch jetzt nicht leichter gegen diese ganzen Tiere vielleicht gegen das Getier das wollte ich sagen aber natürlich nicht gegen andere Gegner die wohl nur auf uns warten da bin ich vielleicht jetzt kein Lob ab mehr aber es ist nicht unbedingt leicht mich würde es natürlich jetzt mal interessieren was passiert wenn es wirklich gegen einen Schattenläufer antritt mich würde es einfach nur mal interessieren ob ich eine Schaß habe oder ob ich noch keine Schaß habe weil im ersten Kapitel gleich eine Schaß gegen einen Schattenläufer haben das das ist nicht ohne Leute das ist nicht ohne eine Lörke ist natürlich jetzt kein Problem okay warte mal ich glaube ich muss da rüber Digga das ist eigentlich schon gerade krass das wird schon noch härter aber das habe ich mir heute jetzt einfach hier gearbeitet so viel gestiegen das dürfen wir heute auch nicht vergessen wir haben uns das ja durch durch die ganzen Quests was wir da jetzt gemacht haben habe ich mir das jetzt auch natürlich erarbeitet der Stein stellt jetzt tatsächlich meinen Fokus da drauf ach schade naja gut ein Flügel weniger sollte glaube ich jetzt auch nicht so viel ausmachen mit dem was ich jetzt halt aus der aus der Burg alles raus habe ja läuft soweit genau ich will jetzt aber auf jeden Fall schauen ob ich doch noch gegen ob ich schon gegen einen Schattenläufer antreten kann Schattenläufer ist ja sozusagen das große Tier das Tier schlechthin sag ich jetzt einmal da gibt es noch ein paar andere Tiere aber so als normales Tier im Wald ist das natürlich der King ne bam bam ich finde es super Wölfe easy kommt her ohne Probleme ja komm her komm ich warte bloß auf dich ja komm sehr schön ach Leute das macht gerade so viel Spaß weil man halt einfach nicht mehr so ein Lowbop ist natürlich nicht mit Russland alles mit auch das Fleisch das werden wir auch noch braten aber wie gesagt der große Kampf wird erst einmal Schattenläufer sein ja komm her ich mache halt jetzt natürlich mit meiner krassen Rüstung fast keinen Schaden mehr gibt natürlich auch noch bessere Rüstung ganz klar so erstmal speichern hier weil irgendwo da in diesem Wald ist auch ein Schattenläufer die Frage ist jetzt gerade nur wo wo ist der Ort der Höhle ich weiß es nicht natürlich auch alles möglich sei da hinten so ein Anno-Gegner ach da geht der Wald noch weiter ach das war noch gar nicht der Wald wo ich gemohnt habe upsie mein Fehler das ist erst der Wald da hinten ja den werden wir dann da die mal sagen in der nächsten Folge machen da gehen wir in den Wald und da müssen wir natürlich ein Sektenlager und äh 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 das heißt dass das zwar eigentlich nicht dort überfliegen aber ist okay ja dann würde ich sagen in der nächsten Folge werden wir es den Wald mal vornehmen und dann bin ich mal gespannt damit ich gerne an Schattenläufer umkomme ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen lasst gerne einen Daumen nach oben da wenn ihr Bock habt ne und über ein Abo würde mich natürlich auch freuen ne aber macht's wisst's meins ne ich wünsche euch was macht's euch noch einen schönen Tag hab ich die Erde